Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ADS. Heute haben wir was ganz verrücktes vor. Heute will ich mal versuchen auf Saugeluss aufzunehmen. Deswegen gibt es auch kein Facecam Bild und nichts. Nur tun halt. Wir nehmen heute den Westerns da wieder und wir schauen mal was wollen wir nehmen. Nehmen wir einen schönen Tanker mit den Westerns da. So und dann nehmen wir eine Strecke aus. Machen wir 400. Das ist ein bisschen lang jetzt. Nehmen wir den hier. 55 von Nuta Uta nach New Mexico. Und zwar bis durch Colorado durch. Und zwar von Price Uta nach Galuf New Mexico. Einmal Fruchtsaft. Getränk. Ja. Und Getränk natürlich. So. Also wollen wir starten. Also. Wie sagt Ihnen das Video. Diesmal in der Oculus auf. Direkt auf der Brille auf. Das sollte dann nicht ganz hohe. Sollte ruhig frei sein. Und in einer guten Qualität. Natürlich müssen wir jetzt vor dem Auftrag wieder erstmal den Sitz zurückstellen. 1, 2, 3, 5. Kennt ihr ja schon. 5. Sitz vor. Unter Tiefschnur. Unter Tiefschnur ist es. Hier unter Ambrei. So. Ok. Licht. Und natürlich auch gleich. Standdächsabblendig. Falls vorhin von Dachbeleuchtung. Montierte Beleuchtung. So. Also. Heute ist wie gesagt der Ton-Utschirm natürlich nicht mit bei. Also das Bild ist natürlich jetzt perfekt. So. Ich muss ja aufpassen. Ich kann mich jetzt von der Vorhin zurücklegen. Ich muss ja aufpassen. Dann muss ich vorsichtig sein mit dem Zentrierknopf. So. So. Super. Super schön. Dann kann ich starten. Ich hoffe das haut jetzt auch alles so hin mit dem Ton. Weil ich habe jetzt das Mikro. nehme ich jetzt über einen Computer auf. Und. Moment. Jetzt muss ich ja mal ganz kurz hier. Ja. Ich habe meinen Namen Ton einstellen. Ja. Ich dachte. Was ist denn? Im Mikro nehme ich jetzt über einen Computer auf. Und. Ja. Dann tut es ja geil. Und Ton nehme ich immer. Ne. Im Mikro und Computer. Genau. Und. Ton und Speed. Nehme ich immer der Oculus auf. Und auch der Oculus auf. Wiege nach rechts ab. Bedeutet natürlich muss er her. Ich mache es ja sowieso durchs Video. Durch mein Video-Dings. Durch mein Video-Programm. Hier auch ich ja sowieso. Damit ich hier oben links und rechts meine Textanblinde machen kann. Ich muss ja sowieso einen Vorspann einbauen und so. Und muss ich ja sowieso durchs Video-Programm. Durchhören. Gehen Sie immer geradeaus. Nein. Von daher. Von daher. Recht halten. Wenn Sie immer gerade aus. Das wird nicht so umständlich sein. Immer geradeaus. Hm. Du reinsteigen. Aber. Ja. Mal sehen. Auf alle Fälle ist der Verkehr komplett flüssig. Hört sich natürlich auch total geil an. Ich hab jetzt Panao und Panao und Bleibschicht. Ich hab jetzt von meiner Oculus die kleinen Kopfhörer, die sind erst drinnen. Hat das so Sound? Und was jetzt nicht geht ist der Facecam. Könnte ich natürlich jetzt auch einbauen, aber das machen mein Grafikprogramm nicht mit. Mit dem ich bis jetzt schneide. Früher hatte ich ja das Photoshop und auf Arbeit hab ich das auch gewonnen. Damit würde es gehen. Aber... Ja, mach ich vielleicht auch noch. Je nachdem wie es läuft. Das ist wie gesagt jetzt mal ein Versuch, weil... Meine Brille stürzt jetzt nicht mehr ab. Und denke ich... Deswegen versuche ich das jetzt noch mal. Links halten und dann links abbiegen. Ich hab schon mal probiert, aber... Es war echt nervig, weil die Suche abgeschmissen ist. Und dann muss sie jetzt mal... Anfang Ende suchen und so. Ja, vielleicht sehe ich jetzt auf der Brille ja viel schön und klares Bild. Und... Von daher stelle ich mir auch vor, dass ich nicht so oft hier mit dem Kopf guckle. Bitte links hin. Weil ich kann ja auch... Ich kann ja auch jetzt mit der Augen rechts und links gucken. Ohne verschwimmt zu sehen. Das kann ja beide anderen Brunnen nicht. Und kann den Kopf richtig schön ansehen. Weil die hatte ja kein... Kein Püppseln. Kein Sperrrad dran. Die Brille. Könnt ihr vielleicht mal in den Kommentar rein schreiben, ob euch das Video... von der Zipylnet... oder wir, oder uns? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rechts halten, dann auswärts rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Abbiege nach rechts ab. Bist to européen. Bist to «art war ich schon, um zu Ende» Ninth dead. Abbiegen sterben. Aufhörter. Guckoo. Um, um, um. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bitte rechts halten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich brauche doch nichts zu sagen, jetzt habe ich mich gerade gewundert, was jetzt erübt. Aber gut, okay. Alles klar, ich bin hier bei IDS. Bis jetzt, mach das ruhig, Juden. Da sieht man, wie es nachher sich macht. Die Unbeständigste sein wird auf dem Rechner zu holen und so. Weil, wie gesagt, jetzt zeig ich das Video nur zur Brille. Immer geradeaus. Ja. 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 aus. Demnächst rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. Wiege nach rechts ab. Wiege nach rechts ab. Wiege nach rechts ab. Warum? Uff. Er war schon hellrot. Aber muss nicht bezahlen. Glück gehabt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020